Spawn Trap! Spawn Trap! Spawn Trap! Spawn Trap! Mal sehen, ob es klappt. Ja, die kommen von da. Ich habe einen. Der Punkt ist ja so nice. Na gut. Da gibt es auch noch eine Cam auf die Ohren. Haha, ich habe noch Blitz. Halt die Cam erledigt, ne? Ja, das reicht jetzt auch. Und nicht gierig werden. Robert, wie sieht es bei dir aus? Du machst das Fenster auf, okay? Das gibt es nicht. Ich treffe dich nicht. Ach, Scheiße. Wo ist der denn? Vor dem Eingang, da, geradeaus. An der rechten Seite, an die rechte Seite. Geradeaus. Ja, ja. Oben am Berg. Ja, da ist oder? Okay. Wer läuft denn über mir rum? Ist da noch einer? Ja. Wie geil. Wer ist das denn? Wer ist das denn? Was ist denn das? Wollt. Vierneunzig. Elfer ist klar. Elfer ist klar. Hatcher, schau dir den mal an. Den Adri. Boah, du schau dir den mal an. Der ist so geil. Wer läuft raus, genau. Er ist so geil. Habt ihr die Cam? Der holt ja jetzt bestimmt weg. ich sehe nicht gut nach draußen ehrlich gesagt jetzt kommt er hier lang ich sehe nicht